Sie ließen wenig zu und kamen dann selber zu Möglichkeiten und das hier ist die beste in der 26. Minute. Antony Uca, alleinige Sturmspitze gekommen, weil Andersson mit der fünften gelben Karte fehlt. Mees, auch ein neuer, bringt den Ball in die Mitte und dann Uca zur Stelle, Ball hinter der Linie, 1 zu 0, sehr effektiv. Es war die erste Möglichkeit für die Eisernen in der gesamten Partie und die war dann auch gleich drin. Vielen Dank.